das wochenende liegt bevor und mit dem ende der woche möglicherweise das ende des aufwärtstrends na gut das haben wir jetzt schon ein paar mal angesprochen und nie ist es eingetreten warum sollte es diesmal anders sein na gut das wissen wir natürlich nicht ob es wirklich dauerhaft bestand hat dass der markt jetzt längere zeit nach unten geht das sehen wir nicht allerdings gibt es durchaus anzeichen die man nicht aus den augen verlieren sollte fangen wir mal mit dow jones an denn der hat hier schon eine ganz tolle vorlage ihr seht hier oben das ist die tages kerze oben rechts und die sieht jetzt schon aus wie eine wende kerze ein sogenannter shooting star kleiner körper auf der unterseite langer tail deutlich länger als der körper der tail auf der oberseite das ist eine wende kerze wenn sie abgeschlossen ist noch ist sie nicht abgeschlossen der tag ist noch nicht rum nehmen wir mal an heute nachmittag oder in den abendstunden in europa geht die kauflust noch mal um und alles steigen noch mal ein kann es sein dass diese kerze so massiv grün wird und dass der schlusskurs so dicht am hoch liegt dass man sagt edgy badge von wegen das ist noch längst kein ende des bullen marktes allerdings wenn es ungefähr so bleibt bis am ende des tages hätte man durchaus ein indiz ein anzeichen für die short seite das interessante ist dass sich dieses bild auch auf kleinerer zeite ebene widerspiegelt zum beispiel im vier stunden chart hier beim dow jones future vier stunden chart also wenn ihr hier das ding euch mal anguckt dieses verlaufsmuster ich mache es mal groß hier haben eine relativ kleine körpergröße da haben einen langen tail auf der oberseite das ist ein bisschen wie das was wir hier haben und das ist vielleicht die gute seite an der geschichte ihr seht naja rüdiger das muss ja nicht für dauerhaft negativ sein jawohl es ging erst mal runter jawohl das kann man für shortis nutzen das ist ein durchaus klassisches verlaufsmuster aber es ist ja noch nicht das ende des bullenmarktes deshalb zwingend das ist gold richtig zwingend ist das allemal nicht allerdings gibt es ein paar indizien die durchaus sorgenfalten wert sind wie gesagt noch keine panik aber sorgenfalten das eine ist dass wir an einen zielbereich rangekommen sind wo man durchaus sagen kann naja eigentlich haben wir es gesehen was wir wollten die 39.000er marke dass dieses umfeld dort das muss jetzt nicht exakt die zahl sein das hat der future noch knapp nicht erreicht aber so ungefähr dieses umfeld das haben wir gesehen und damit haben wir alles was wir da in diesem fall eben im moment brauchten und dementsprechend hat das ein anderes gewicht wenn jetzt die marktteilnehmer sagen komm jetzt lass auch gut sein jetzt gehen wir nach unten weg das interessante für all diejenigen die das bei mir ein bisschen intensiver mitverfolgen in born for trading die wissen das hier ist ein born bar ein sogenannter ich kann ihn noch mal so anzeigen denn die werte gebe ich euch nachher da noch mal exakt durch am freitag handeln wir die typischerweise nicht mehr weil es natürlich ein wochenend over night risiko gibt das eben besonders lang ist über mehrere tage deshalb sind wir da ein bisschen zurückhaltend was das angeht vor dem wochenende noch allerdings ein trigger auf der unterseite würde ebenfalls zumindest vorläufig mal shorts initiieren dazu gibt es nachher dann noch mal eine nachricht mit den details das soll uns aber hier jetzt im index update am nachmittag nicht so sehr interessieren sondern mehr die idee dass wir hier ebenfalls ein short signal haben das noch nicht getriggert ist wohlgemerkt bisher haben wir nur anzeichen dafür allerdings wenn der kurs das tief der letzten vier stunden kerze also das im vier stunden chart jetzt nach unten durchstößt dann wäre das durchaus ein short wert mit erwartungshaltung dass es zumindest eine weile nach unten geht also wie gesagt das ist jetzt nicht die ankündigung oh gott oh gott jetzt geht es auf 25.000 runter nein so schlimm ist die welt noch nicht aber ihr müsst damit rechnen ihr habt gesehen solche rücksetzerbewegungen die sind absolut möglich manchmal hat man glück und dann ist keine oder kaum eine rücksetzer es funktioniert also nicht immer das alleine ist also noch nicht ausschlaggebend dass wir hier so eine wendekerze haben denn ihr seht das hat hier auch nicht gefruchtet was mir aber in dem fall sagen wir mal charttechnisch gefällt nicht jetzt aus bullischer sicht gefällt aber charttechnisch gefällt dass es an einer möglichen widerstandsmarke ist und das heißt dort ein dreh eben wahrscheinlich ist kombinationen sind immer gut wenn ihr verschiedene varianten habt die ihr charttechnisch betrachtet zum beispiel kerzentechnik zum beispiel fibonacci cluster sowas in der richtung oder wenn ihr vielleicht das verbindet mit irgendeinem indikator den ihr noch beobachtet oder wenn ihr das ganze beobachtet auf kleinerer ebene im sinne von elliot dort haben wir zumindest mal einen scharfen abwärts move der kann auch noch ein bisschen weiter gehen aber wann immer er fertig ist sobald er korrektiv nach oben geht wäre die letzte starke bewegung abwärts ihr wisst ja immer starke bewegung hoch wackelig runter ist gerne fortsetzung im moment ist die letzte starke bewegung runter wenn es irgendwie mal wackelig hoch ginge dann wäre das ebenfalls ein zeichen also es gibt viele hinweise weder das hier im fünf minuten chart ist getriggert wir haben ja noch nicht mal die korrektur weder das im vier stunden chart ist getriggert noch auf tagesebene ist das getriggert es ist im moment nur heiße luft aber es ist zu viel um es zu ignorieren also bitte jetzt nicht in panik geraten und um himmels willen jetzt fällt uns der himmel auf den kopf wir müssen hier panikmäßig raus 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 das ist es überhaupt nicht aber zu sagen nee das geht nicht alles nichts an das wäre vielleicht eine stufe zu ignorant in einem markt der das dürfen wir auch nicht vergessen zumindest hier hinten in den letzten vielen stunden nicht mehr so richtig den vortrieb hatte denkt an die vielen überschneidungen und überschneidungen sind meistens nicht nicht das beste bild best guess aber es ist wirklich eher ein geraten ist dass wir zumindest bis 38.000 300 200 irgendwie runter kommen dann wäre das noch als mindestausmaß dass man sagt okay vielleicht hat es hinten ein bisschen überschnitten aber irgendwie sowas in der richtung wir gehen noch mal bis hier hin das wäre durchaus denkbar dabei ist dann die frage ob das möglichst schnell ist dann haben wir wieder das gleiche modell was wir hier im 5-minuten-chart haben nur eben eine zeitgröße größer oder ob es dann sehr korrektiv hier runter geht dann haben wir sogar noch eine chance dass es dann weiter geht also wie gesagt es geht eher um eine beschriftete abwärtsbewegung die wir hier haben als keine die jetzt besonders tief geht hier in dem fall sondern es geht hier um eine bewegung die sagen wir mal so ein bisschen zumindest mal ein rücksetzer möglich macht bis ungefähr in diese zone vielleicht aber auch mehr dafür wäre es natürlich passend wenn die anderen indizes das ähnlich sehen würden und wenn wir uns auf dem s&p mal konzentrieren s&p 500 der hat hier andeutungsweise was ähnliches aber ich hatte vorhin erwähnt diese umkehrkerzen diese sogenannten shooting stars die sollten eigentlich einen sehr kleinen körper haben und verhältnismäßig langen tail auf der oberseite so ähnlich wie wir es hier haben ganz flacher körper und longer tail auf der oberseite das wäre zumindest mal nachdem wir hier ein aufwärts trend hatten eine möglichkeit für vorläufig erstmal nach unten wo dass man das mal so sieht hier war es nicht ganz so deutlich von der tail länge aber sicherlich auch noch in ordnung das haben wir hier noch nicht so richtig aber wenn der kurs bis heute abend noch ein bisschen an höhe verliert nehmen wir mal an die marktteilnehmer entscheiden sich für gewinn mitnahmen vor wochenende auch das ist eine aussage stellt euch vor die marktteilnehmer alle also hybris bis zum ende des tages so ungefähr nein es kann nur nach oben gehen wir kaufen 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 alles okay aber wenn die marktteilnehmer sagen es ist ja wochenende wir müssen dann doch vielleicht mal position schließen vielleicht ist ein gewisses restrisiko dann ist die gefahr groß dass der kurs gedrückt wird das heißt die oberkante dieses körpers dann ein bisschen absinkt die muss nicht rot werden diese kerze darf grün bleiben aber dass dann hier der körper kleiner ist vielleicht so bis mein fadenkreuz hier jetzt dann haben wir ein mehr als doppelt so langen tail auf der oberseite so pi mal daumen regel ist der tail also dieser dünne strich oben sollte doppelt so lang oder länger sein als der körper aktuell ist es nicht der fall also noch nicht mal eine sinnvolle abwärts umkehr kerze aber der tag ist ja auch noch nicht rum nehmen wir es mal als warnhinweis wie gesagt man muss jetzt noch nicht da in panik geraten aber wir sollten es nicht ganz aus den augen verlieren wenn das bild entsprechend ist und die unterseite getriggert wird im vier stunden chart ist das ein bisschen ähnlich da haben wir zwar jetzt kein born war das muss ja auch nicht unbedingt wir haben allerdings ein bisschen viel tail für meinen geschmack ich mag immer gerne wenn es möglichst wenig ist ihr seht dass hier auf der unterseite dieser dünne manche sagen auch lunte dazu dann wenn es unten ist oder schatten wie auch immer ihr das nennen wollt besser ist wenn es nicht ganz so lang ist trotz alledem ein bisschen pseudoumkehr mäßig auch im vier stunden chart der trigger dann das entsprechende tief gegen 16 also der 16 uhr kerze oder der kerze von 12 bis 16 uhr so muss ich sagen also insofern sind wir dann gute stück noch entfernt aber wenn es die gewinnmitnahme am ende des tages noch gibt wäre das ein hinweis dazu und das könnte sich dann auch widerspiegeln in dem was wir hier im fünf minuten chart sehen abwärtsbewegung aufwärtsbewegung trigger auch dieses zwischentiefs das ist hier das zwischentief von 15 uhr 50 im fünf minuten chart das wäre durchaus ein möglicher abwärts trigger für das kleine bild wohlgemerkt der fünf minuten chart sagt jetzt nicht dass es um tausende von punkten nach unten geht das ist nicht die aussage sondern es geht darum dass wir eine realistische chance aus haben dass es sich zumindest mal das was wir vorne haben da hinten sich noch mal anschließt man kann tatsächlich maulig sein was den anfang angeht der war jetzt nicht super dynamisch wenn ich mir das hier angucke allerdings das sieht so korrektiv aus das heißt wenn das jetzt hier durchstoßen wird oder aber das hier nachher durchstoßen wird falls ihr mag noch mal ein schwung mehr nach oben macht dann wären das durchaus short trigger also für all diejenigen unter euch die auch mal intraday am nachmittag noch mal was machen wollen fünf minuten chart vielleicht inzwischen short wäre ja eine überlegung wie gesagt das ist keine ankündigung für Sodom und Gomorra das ist eine ankündigung für seid mal vorsichtig das muss nicht in einem schwung durch zumal wir auch beim S&P eigentlich da sind wo es sein müsste wir haben das alles gesehen was sein sollte wir haben sogar dieses Verhaltenspattern hier im übergeordneten gesehen wie es sein sollte also wir dürfen ihm jetzt kein mega Vorwurf machen wenn er runter kommt intern allerdings muss ich sagen würde ich mich sogar noch nicht mal wundern wenn er nur so ein bisschen runter kommt und anschließend noch mal hier die fünfte macht also quasi 1 2 1 2 3 4 5 aktuell 4 und danach noch die fünfte und dann erst runter kommt also ihr seht ja abwärts aber alles noch einigermaßen verhalten achtet aber darauf ob diese bewegung hier dynamisch nach unten geht oder eben nicht das ist ganz wichtig dass ihr darauf achtet irgendjemand hat in den kommentaren völlig zu recht dazu geschrieben mensch im jahresausblick hast du doch noch gesagt so ich weiß jetzt nicht mehr genau was ich gesagt habe ich erzähle ja immer recht viel aber irgendwann im ersten quartal vielleicht im januar vielleicht im februar irgendwann da müsste der kurs jetzt einen deutlichen rücksetzer haben egal jetzt alle indizes mehr oder weniger das war noch aus der geschichte wo waren wir da als wir hier waren wo ich gesagt habe ist durchaus denkbar dass er hier nach diesem anstieg schon die große korrektur macht das war absolut realistisch denkbar ja da nicht gemacht taugte also gar nichts eine prognose und das ist genau das was uns händler ausmacht als händler wir können mit einer prognose nicht viel anfangen sondern wir müssen überlegen wie gestalte ich dann den entsprechenden trade und an welcher stelle falsifiziert sich das bild geht der kurs hier korrektiv nach unten ist erstmal direkter rücksetzer nicht so sehr realistisch geht der kurs steil nach unten wird auf einmal meine wunderschöne idee nach oben nicht mehr so sehr realistisch das heißt jetzt vorherzusagen was hier passiert ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht ich habe keine ahnung allerdings kann ich ganz gut so eine bewegung von so einer erkennen und das gibt mir dann den vorteil dass ich dann in dem moment dieser erkenntnis entsprechend die die trigger finde um dann in die jeweilige richtung dann mich entsprechend zu positionieren also das bleibt noch aus das werden wir dann am montag natürlich uns angucken wie das verlaufsmuster im nachgang ist ob es überhaupt jetzt runter geht und ob es korrektiv geht oder dann doch impulsiv aber seid nicht unvorbereitet wenn ihr sagt das kann ich locker mit einer probacke oder auf einer probacke absitzen ist das überhaupt kein problem wenn ihr allerdings mit hohen hebeln unterwegs seid wenn ihr sagt naja das wäre mir jetzt doch unangenehm wenn das jetzt hier arg weit runter geht für mein konto dann müsstet ihr natürlich agieren das ist bei jedem anders ich sehe dass manche immer schreiben da muss man einfach drin bleiben nachkaufen ja das geht bei einigen kontrakten geht das weil man eben begrenztes risiko damit hat aber wer bestimmte kontrakte hat mit relativ hohen hebelwirkungen da ist natürlich auch so ein rücksetzer unter umständen schon relativ giftig dafür ist dann natürlich wenn man in der richtigen richtung liegt die der effekt umso größer also lasst euch da nicht ablenken achtet drauf wie eure individuelle auswahl der kontrakte ist ob das für euch passend ist oder entsprechend nicht der nasdaq steht mit abstand am schönsten da denn der nasdaq hat zumindest auf tagesebene 0 ambition das ist eine wunderschöne grüne kerze da ist nichts was für eine umkehr spricht allerdings also ist jetzt keine ankündigung dass das passiert aber es ist denkbar dass wenn der kurs bis heute abend noch hier runter fällt ist das auch ein shooting star sprich eine umkehr kerze aber im moment sehe ich das nicht also ich kann hier nichts erkennen in dieser richtung deshalb ist der nasdaq der der am wenigsten im moment nach unten strebt und machen wir uns nichts vor wenn es der nasdaq nicht tut wird der smp mit sicherheit nicht dagegen sprechen also insofern panik ist noch nicht angesagt nur ein bisschen was soll das was macht ihr ihr wisst dass sie mit dem feuer spielt ihr wollt doch nicht dass die alle auf einmal umkippen ne also so schlimm ist es noch nicht allerdings sehen wir auch dass der nasdaq hier eine zumindest mal eine interessante zwischenzielmarke es ist nicht die einzige es gibt noch weitere marken noch über 18.150 aber hier könnten marktteilnehmer wenn sie ängstlich werden überlegen gewinne mitzunehmen allerdings tun sie es im moment noch nicht also diese punkte sind nicht pflicht dass der kurs dort dreht das sind angebote falls die marktteilnehmer wankelmütig sind im moment sind sie nicht wankelmütig und das ist ein bullisches zeichen zumindest mal noch nicht negativ da wirklich was zu erkennen ein bisschen vielleicht eine kleinigkeit die man im kopf haben sollte ist dass wir hier ebenfalls schon fünfwellig sind also die nächste pause steht bald wieder an aber vermutlich das ist eine annahme ist das eben eine normale korrektur pause dann werden wir hier sogar fünfwellig nach oben und vielleicht dann mit der letzten bewegung ja an die etwas dicker gezeichnete zielmarke also das kann ich mir schon vorstellen nur wenn der kurs jetzt tatsächlich dynamisch runter geht dann ist das halt ein dreiweller das wäre ja immer noch möglich im rahmen eines flats also ihr seht das macht enorm viel aus ob er wackelig runterkommt ob er steil runterkommt das ist das entscheidende im moment kommt er noch gar nicht runter im gegenteil er geht ja sogar steil wieder nach oben insofern alles gut jetzt kann ich euch was anbieten was viele verwirren wird eben beim s&p habe ich eine idee für ein short gehabt im möglichen beim nasdaq sehe ich eine chance für einen long im 5 minuten chart aber auch der hat noch eine bedingung die er erfüllen muss nämlich dieses ding denkt dran korrektiv entweder wackelig mit überschneidenden gegenbewegungen oder dreiwellig in die mitte rein denkt dran 38 50 61 8 und dann könntet ihr hier entsprechende long positionen vorbereiten und wer sich jetzt wundert beim einen short beim anderen long ja nur wenn er es triggert wenn er es nicht triggert dann ist das zwar eine nette idee schön dass wir darüber gesprochen haben aber ist ja nichts passiert an der stelle aber so habt ihr so ein bisschen orientierung oder orientierungspunkte an denen ihr euch festhalten könnt der dax da gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen der scheint das ernst zu nehmen was ich letztes mal aufgezeichnet habe nämlich eine realistische chance dass er hier nochmal runter eiert das scheint aktuell tatsächlich der fall zu sein insofern will ich die zeichnung gar nicht großartig ändern dann können wir mal gucken ob es dann wirklich so weit geht also der dax hat aktuell jetzt keine ambitionen nach oben eine realistische chance dass wir zumindest erstmal hier in den bereich rein fallen dann gucken wir mal ob wir um die 16.870 ist jetzt hier beim future die 38 20er marke ob der kurs dann dort vielleicht aufgehalten wird das pandan wäre hier beim index 16.825 20 oder 20 so ungefähr kann ein bisschen tiefer sein also wenn ich hier jetzt meine fibros nochmal einzeichnen dann liegt die marke sogar eigentlich eher bei 750 in etwa also das würde mich ehrlich gesagt nicht wundern wenn der kurs sogar im laufe der nächsten tage noch bis da runter kommt rechnet damit der dax hat hier keine richtigen guten ambitionen nach oben aktuell im gegenteil also wenn ich mir das angucke das sieht buntig aus ist auch nett aber was ganz anderes wenn ich mir das angucke wenn ich mir dann so eine gegenbewegung angucke und dann wieder starker bewegung achtet drauf immer wieder korrektive aufwärtsbewegung bieten vielleicht noch mal chancen für einen zwischenschort also vielleicht noch mal eine idee für diejenigen die sich im dax noch mal an beschäftigen wollen soweit meine einschätzung für vor das wochenende ich drücke euch die daumen dass egal was für euch das richtige ist ob ihr kurzzeitig längerfristig ob ihr im großen im kleinen bild ob ihr stark gehebelt oder das ganze ziemlich locker seht im ganz großen bild ich drücke euch die daumen dass ihr für euch die richtigen entscheidung trefft macht's gut bis nach dem wochenende euch erstmal ein schönes wochenende und dann nächste woche geht es weiter an dieser stelle